So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir sind wieder da beim Let's Play Age of Mythology, beim Lord Neoni, jedenfalls, wir waren jetzt vorher fertig mit Just Enough Hope, knapp, ich nehme jetzt mal ein Netz, habt ihr auch inzwischen gesehen, was passiert ist, und mein neues Programm gefällt euch auch, es ist immer noch Wraps, ja, und jetzt geht's weiter mit I hope this works, und ich klicke einfach mal, und dann seht ihr selber, hey, so. Escape? We just broke down one of the gates. We should be pressing our attack, not talking of escape. The Trojans aren't going to wait for that. Surely they will attack again at any moment. Not if they think we've left. Poseidon is the Lord of Horses. In Atlantis, a defeated general surrenders his horse when beaten. A horse, yes. A great wooden horse. I don't understand. Will it fight? We can have this done quickly, and we don't have to rebuild any of the siege. Arkantos, I will need your help. Okay, ja, ich nehme jetzt mal an, ihr wisst schon, was passieren wird. Horse, yes, a horse. Und es wird natürlich einfach spei- oh, ja, stimmt, jetzt sollte ich einfach mal kicken. Das muss ich jetzt schnell machen. Ich muss es noch mal schnell löschen, das ist noch traurig. So, wo ist es, außer das koanische Pferd? Was sind doch sicher alle selber auch schon draufgekommen? Äh, ja, genau. Can you just hire? Also, amateurs, na ja, keine V весь. Krabbe, Krabbe, Krabbe. Was soll ich da finden? Ist ja auch egal. Proste, mal ich da. Also, wir bauen jetzt, also na, zur Zeit müssen wir nur 1.000 Holz sammeln. Natürlich, keine Ahnung wofür, wir wissen es nicht. Ich hoffe, man merkt meinen Sarkasmus nicht. Ja, und in der Zeit wäre Sammeln. Eigentlich am besten geht es da, also bis jetzt immer so gewesen, wir müssen einfach schnell Holz abbauen, schnell dann das Pferd bauen, und, äh, gottisch. Weil, ähm, es bringt nichts gross, irgendetwas aufzubauen oder irgendwelche Soldaten zu bauen, oder irgendetwas. Also, das hat sich noch nie, noch nie gelernt. Oh, nein. 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 Oh meine Jungs, sie haben nichts selber holen. Und jetzt müssen wir sehr schnell das Trojanische Pfeifen haben. So viel geblitzt zur Wand. Denen wirklich noch viel weiter zu folgen wäre ein Selbstmord. Oh, was ist denn das? Ah, wer ist denn das? Der ist nicht wichtig. Okay, Trojan. Ein Scout hat uns geblitzt. Berecht uns für einen Angriff. Oh Crap. Okay, ich hoffe ich fahle jetzt nicht mit meiner genialen Partik hier. Ja und so ist der Level normalerweise nicht so spannend. Und man wartet einfach relativ schnell. Ja. Ja. Was soll ich denn sonst noch zu erzählen? Das ist nicht anweilig wert. Ich weiß nicht, was ich sage. Also Ilias kennt er ja. Mit dem phoenischen Pferd und so weiter und so fort. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Es war eigentlich auf Campus, wo der auf die Idee gekommen ist. Und ich glaube, Ilias kam mit dem Pferd und mit Atlantis und eigentlich sind wir die Westen. Die Griechen konnten gar nichts. Sie wollten abhauen. Ich finde es cool so. Das könnten wir in Geschichten schreiben. Ja, das war einer. Natürlich. Hopp. Rostagma, Ballista. Wullome. Kalos. Esto. Izvoli. Izvoli. Ich finde es nicht. Ich finde es jetzt gerade gar nicht. Ich gebe es natürlich. Okay, dann haben wir ihn. Nice. A Hero Has Fallen. Wir haben 2, oder so? Nein. Wolle mich! Wolle mich! Das ist wieder, Jungs. Das ist super. Das ist noch eine andere Überlebung, da glaube ich nicht. Nein, wobei. Noch so eine andere Überlebung. Proste ich hier? Wolle mich! Weile. Es langt sich nicht. Pfff. 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 Das haben die Scouts natürlich nicht gesehen. Das ist auch egal. Ich bin auch froh, dass Agamemnon nicht mehr denkt. Pfff, muss ich sagen. Sein letzter Plan war deine Hose. I know. So, es gibt ein 9-6. Ah, mir geht's. Das ist ja schon fast kaputt. Hallo? Etimus. Nein. Volumen. Esto. Ich kann ja nicht mehr losgehen. Lege. Esto. Wait here for the guards to pass. We will do best to avoid fighting them now. Etimus. Volumen. Ah, gut vorbei. Mhm. Es geht schon. Die 5 könnten... Mal ist das. Mal ist das. Es geht schon. Es geht schon. Mal ist das. Volumen. Volumen. Wir können gut use of those. A Colossus. We should try to see the past. I don't think so. Es geht schon. Ah! 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 Das ist wirklich wie nix. Aber wenn man Helden hat... Etimus. Das macht doch nichts. Was hat machten? Ah! Prostegma. Esto. Ich glaube, ich stehe. Kalos. Kalos. Ah! 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 Das glaube ich nicht. Jetzt sind zwei Türen und dann muss ich einfach, weil sie läuft. Super, da ist schon alles Platz. Ah ja. So, schon das zweite Tor-Controller, das ich glaube noch. Anon hat sich mit seinem Armee zurückgekehrt. Rutsch durch die Gäste und wegzunehmen Troys' Fortress. Okay, das ist so gut. Ein Hero hat fallen. Ähm, sind das alle unseren Truppen? Das ist traurig. Was ist das? Nein. Es wurde. Ja, los. So ist das. Oh, ciao. Nein, die Rechstrahlen! Komm schon! Nein, die Rechstrahlen! A hero has fallen. Troy has fallen. Let's find Helen and get her back home. Ta-da! Oh, ja. Die Rechstrahlen! Not far from here. Iaklos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. Easy. And he strides among the treetops, and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder sent to breathe. What is it, Kemsit? Kemos has returned, sir. He lost the Trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kemsit? No, no. Everything is exactly as you said it would be. The fortress, the tunnel, Troy. Giants and the genie, multiplex of wing and eye, whose strong obedience broke the sky. Send Kemos. I want to speak with him. Yes, General. Ja, wie ihr seht, ist es noch lange nicht vorbei. Aber für jetzt und für heute sollte es genügend sein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, bis heute.